Ja, gut, dann lassen wir ihn mal runter. Ach, naja, wir untersuchen erst mal alles. So gut. Äh, noch jemand hier? Okay, das ist gut. Geht doch hier, hast du nicht noch so eine Axt? Oder hast du die verbummelt? Hm, Hilda? Das ist das, was du brauchst? Ich denke, ich kann dir das, äh, Huck-Thinge von dir? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hm, Hilda? Das ist das, was ich nenne. Ne, Judge. Bitte, kann ich Hilda holen? Ich nehme gut an sie. Sie wird nicht ein Axt. Ich habe jetzt deine Prozesse, nicht ein Axt. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe zwar selber was. Aber, äh, scheint er wohl vergessen zu haben inzwischen. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Wo-wo-wo-wo-wo! Oh, oh-oh. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Ja, dann, äh, noch mal ab. Dann schrei noch ein bisschen. Was? Okay, folge mich. Geh deinen Scheiß! Ja, okay. Er rennt wieder, oder? Great, jetzt was? Skylight. Richtig. Zombies. Fuck. Tod. Na klar, jetzt bin... Ja, sicher. Unrealistisch. Okay, so. Jetzt sind wir auf dem Ruf. Hörst du immer zu klagen? Komm schon. Jetzt ist er aber wohl drauf. Komm schon, was bist du? Schick? Schick! Und die hält mich wieder fest. Unglaublich. Das Mrs. Hulk. In der Zwischenzeit. Was? Was? Komm schon. Nachher. Was muss ich erst machen? Nachher. Warte, du hast immer noch die Batterie. Ja, ich denke, ich werde darauf halten. Sicher, dass du nicht ohne mich verlassen möchtest. Wir sehen uns wieder in der Klasse. Molly! Scheiße, was zur Hölle macht sie? Das würde ich jetzt aber auch mal gerne wissen. Äh... Ich gehe mal gucken, ob die hier so macht. Die sitzen immer noch da dran. Wie viele Jahre denn? Wie viele Jahre denn? Wie viele Jahre denn? Okay. Es kann ja auch extrem schwer sein, hier fünf Stunden an einer Tür zu sitzen. Ja gut, wenn man nur guckt, dann ist halt auch... Ja. Wollen die kaputt gucken, die Tür. Hä? Nein! Äh, wie ich doch rede, ist das nur Glas? Und wie ich gesehen habe, tatsächlich nur zwei. Wie weit wollt ihr damit kommen? Wie weit wollt ihr damit kommen? Nicht so gut. Hier, lass mich dir eine Hand geben. Hast du die Batterie noch? Ja, Molly hat es. Sie sollte hier wieder zurückkommen. Sie besser sein. Brie? All this happened, lost my whole family. Ich bin der einzige, der überlebt hat. Es ist lustig, wie alles funktioniert. Aber wenn ich so sage, dann... Ja. Okay. Okay. Hey, Lee. Vielleicht solltest du die Batterie oder mit der Medizin holen. Bist du okay, Clem? Ja. Wo ist Molly? Sie musste zu fahren fahren. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Nur sitz dich, okay? Ich muss ein paar Dinge umgehen. Okay. 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 Ja, ich glaube nicht, dass She-Hulk irgendetwas passiert. Was? Ist er vorhin auch schon da? Ach so, ja. Okay. 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 Was noch brauchen? Wir haben schon die Energie und die Batterie. Als wir eine Medizin holen sind, werden wir gut gehen. Also wo ist diese Batterie, du hast? Molly hat es nicht. Molly hat es nicht. Sie rief auf, um etwas zu tun. Well, sie wäre besser hier zurückgebracht. Ich weiß nicht warum, dass du diese Mädchen mit ihr vertraut hast. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat dein Leben geholfen, nicht wahr? Ja. Ja, aber was hat sie für mich letztendlich getan? Wie geht ihr mit dieser Tür? Lärer, als ich würde. Schau nicht, wir werden es öffnen. Ich denke. Wir dürfen hier auch gar nicht durch die Gänge rennen. Hä? Wat? Ach so. Dieses Ort hat definitiv ein großer Schmerz. Oh, da kann ich auch nicht hin. Stimmt.